Jungs gegen Mädchen, Mixen gegen Jungs, Jungs gegen Mädchen, Mixen gegen Jungs. Jungs. Hallo, ich bin Claudia und heute gucken wir mal, ob Jungs besser sind als Mädchen. Ich fordere Jungs zum Duell heraus. Tada! Ich habe mir drei Challenges ausgesucht und ich habe mir auch drei ausgesucht. Und in diesen Spielen werden wir gucken, wer da Bessere ist. Natürlich sind die Jungs besser. Nein, nein, nein. Die Mädchen sind viel hübscher und feiner und schöner. Ja, das sind sie. Das wird ihr beim Fußball und beim Basketball aber nicht weiterhelfen. Doch, ein Superstoß mit den Füßen. Der erste Wettkampf ist... Seilspringen! Ich nehme die Herausforderung an. Jetzt spannen wir die Seile. Auf die Plätze. Fertig. Los! Ja, ich habe gewonnen! Juhu! Yeah! Mädchen sind besser im Seilspring als Jungs! Uh! Okay, jetzt darf ich es ausrufen. Wir nehmen... Basketball! Okay, los geht's! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf große Schritte. Okay, wir spielen jetzt Basketball und jeder darf fünfmal werfen. Man darf die Linie nicht übertreten. Und der, der die meisten Körper geworfen hat, der hat gewonnen. Ja, und du fängst an, weil du gerade den Ball hast. Okay. Genug! Cool! Volltreffer! Gut! Jetzt möchte ich einen Punkt kriegen. Gut! Schade! Ich kann nicht so hoch werfen. Jetzt bin ich dran. Zweite Runde! Volltreffer! Ja, cool! Gut! Hier hast du den Ball. Hier! Mann! Das ist unfair, ich muss mehr ran! Warte! Wenn ich die Kleinste bin, darf ich auch mehr ran! Okay! Ja, okay! Ja, du darfst! Eine Fußlein! Ja! Ein großen Schritt! Hier! Warte! Mein großen Schritt, okay? Okay! Okay! So groß! Ja! Dann darfst du jetzt doch mal zweimal werfen. Ja! Ja! Schade. 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 Aber passt! Nächstes Mal dräng ich mich super doll an. So, jetzt kommt die dritte Runde. Los! Schlecht! Los! Es war schlecht! Es war schlecht! Ja! Yeah! Ja! 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 Schade! Jetzt bin ich dran! Vierte Runde! Nein! Ja! 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 Hör auf mich! Ja! Nein! Lass aufpassen! Einmal! Jetzt kommt sowieso die fünfte Runde! Bitte! Okay, steht jetzt 2 zu 0. Und jetzt kommt die letzte Runde. Also ich habe schon so gut wie gewonnen. Aber ich gebe Clara gleich mal zwei Würfel. Vielleicht schaffst du es ja noch. Okay. Sie können doch gut gehen. Wann ist hier los? Schlecht! Das stimmt nicht! Dann ist hier los! Schlecht! Das ist ja nicht mehr nützig. Ich versuch 35. Ja, die hast du. Ich hab die schon wieder. Okay, hier. Versuch 36. Nein, ein Meter mehr. Dann... Ja, das hast du gemacht und dann hab ich gewonnen. Verloren. Oh, ich hab zwei Punkte. Nein! Nein! Jetzt machen wir ein Duell mit Hula-Hu. Ich bin einverstanden. Und los! So. Ich halte am längsten durch. Nein, ich bin ein Junge, also halte ich am längsten durch. Mädchen können das viel, viel besser. Nein. Johann, sei nicht zu eingebildet, am Ende wirst du noch haushoch verlieren. Das sehen wir ja. Auf die Platze. Fertig. Los! Aus! 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 Das wird sie wieder hoch. Immer oben halt. Immer oben halt. Immer oben halt. Nein! Na gut! Okay. Nein, nein! Jetzt sind wir noch oben. Okay. Jetzt sind wir wieder hoch. Okay. Ah! Nein! Nein! Da sind wir noch oben! Da sind wir noch oben! Ja! Ich hab gewonnen! Wow! Yeah! Komm! Komm! Bitte, Anu! Komm! Bitte, bitte, bitte! Okay! Aber die Revanche zählt nicht! Manu! Und? Los! Okay! Schade! Aber es hat ja nicht gezählt! Ich hab zwar nicht gewonnen, aber es hat ja nicht gezählt! Jetzt steht es 2 zu 1! Okay! Die Mädchen holen auf! Was machen wir als nächstes? Jetzt bin ich wieder dran! Und ich entscheide mich für Fußball! Oh nein! Da werden wir gewinnen! Keine Sorge! Wir müssen das Haus hoch verdienen! Schade für dich! Jetzt spielen wir Fußball! Jetzt spielen wir Fußball! Haha! Okay! Wir machen das jetzt so! Hier! Habe ich! Hier haben wir 2 Dien hier! Einmal eine für Johann und einmal eine für mich! Ja! Also! Das heißt! Ab diesem Strich musst du dabei stehen und du hier auch! Und wenn es losgeht, musst du es so spielen! Wenn du Johann jetzt wärst, müsstest du es jetzt von hier schießen! Und ich darf bis zum Blauen gehen! Und der Torwart darf die Striche nicht übertreten! Okay! Fangen wir an! Wir machen 5 Durchgänge! Und los! Und los! Ab! Und los! An! Wir machen 5! Auf der Straße! Oh nein, die letzte Runde! Mach es so, Joachim! Mach einfach jetzt zurück! Nein, der ist zurück! Nein! Letzter Fuß abgewehrt! Jetzt bin ich dran! Das zählt denn jetzt? Jetzt bin ich dran! Das ist meine erste Runde!